Heiho Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von The Binding of Isaac Rebirth Natürlich mit mir, eurem PB Style Warum ich so aufgedreht bin? Keine Ahnung, aber wir machen einen neuen Run Und zwar, wir haben jetzt Part 14, sollte eigentlich sein Ja, Part 13 war recht amüsant, das war der Part mit dem Splitscreen Schaut unbedingt rein, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt Ähm, wir haben schon viele mit Blutherzen geschafft Aber wir haben noch nicht mit Lazarus irgendwas geschafft Also machen wir Lazarus mal heute auf hart Schauen wir mal, was dabei rauskommt, Leute Seid mit dabei Schauen wir mal, was das für eine Pille ist Ah, zuerst mal Seed 4H9A KXJD Ja! 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 Explosive Diary Gut, wir wissen, dass wir eine Kackpille gerade gehabt haben Oh, warum haben wir das jetzt nicht hier gehabt? Hallo Fetty, Hallo! Hallo! Oh, du bist ganz schön fett! Oh, du bist so fett! Hahaha! Stirb doch einfach! Book of Sin Okay, gut Kann man gebrauchen, braucht man nicht Kann man gebrauchen, braucht man nicht Pivi, du hast eine gute Logik Ähm, ja Ja Ihr werdet bestimmt mitbekommen haben Dass jetzt bei mir Super Smash Bros für die Wii U angefangen hat Ähm, und wie ich gesagt habe Ja, ich würde täglich einen Part rausbringen Das wird nicht immer klappen können Das sage ich euch gleich von Haus aus Es wird aus ein paar bestimmten Gründen nicht klappen Ähm, weil Es immer irgendwas passieren könnte Irgendwas Unerwartetes Und Da kann ich letztendlich nichts dafür Und äh Ja, ich kann es auch nicht verhindern Um ehrlich zu sein Wie soll ich irgendetwas verhindern können Was, äh, ja Nicht zu verhindern ist Was ich damit sagen will Ähm Ihr werdet jetzt Dienstag und Mittwoch keinen Part haben Ähm Was Bedeutet Oder gehabt haben Was bedeutet hat Dass Ähm Ja Keine Parts auf Lager waren Was das bedeutet Ist irgendwie klar Ähm Nein ist eigentlich nicht Ähm Ja Warum konnte ich Dienstag und Mittwoch keinen Part raushauen Ach du Scheiße ich hab Angst dass du mich angreift Aus dem Einfachen Grund weil Unser Internet hat abgespackt am Dienstag Also Ja Dienstag also noch Für mich ist heute Dienstag Für euch wahrscheinlich nicht Und Es war wirklich kacke das Internet ist ganz abgespackt Und Ich konnte wirklich nix auf Äh nix hochladen Was mich relativ angekotzt hat Weil ich Den Part für Dienstag schon gerendert habe Aber leider nicht Hochladen konnte Super Jetzt hab ich mir gedacht gut dann Oh fuck Erster Schaden genommen Noch einen Schaden darf ich nehmen Jetzt hab ich mir gedacht gut dann Tue ich den für Mittwoch wenigstens schon mal veröffentlichen Äh also hochladen Scheiße geht auch nicht weil ich den für Mittwoch noch nicht mal rendern konnte Äh also rendern dauert scheiße lang Genauso Scheiße Äh genauso wie Äh auch Äh hochladen Nein hochladen dauert fünfmal länger Was ich relativ kacke finde Hier kriegen die ein HP ab und Tears ab Oder Damage ab Ja ich glaub Damage und HP ab Ah ja okay gut Kein Problem Ähm Ähm Ja das ist doof wenn man keine Internetverbindung plötzlich hat Und Oh man Das schaut ja richtig scheiße aus der Raum Und Ja ich Konnte auch noch nicht den für Mittwoch rendern Also Ja scheiße gelaufen Jetzt habt ihr für Dienstag und Mittwoch keinen Part Zwar habe ich das aufgenommen Und kann es dann nächste Woche Oh mein Gott verpiss dich doch Jetzt kann ich das dann nächste Woche wahrscheinlich hochladen Also sagen wir es mal so Ich habe jetzt für Dienstag und Mittwoch keinen Part hochgeladen Das heißt aber nicht dass es jetzt diese Parts nicht geben wird Nein ich habe sie schon aufgenommen Diese Parts werden halt nur nächste Woche Dienstag und Mittwoch kommen Also dass ich schon mal was im Voraus habe Ähm Ich werde stattdessen jetzt seit heute Abend noch den für Donnerstag rendern Und morgen hochladen Weil Ich habe wirklich kaum Zeit irgendwas hochzuladen Beziehungsweise zu rendern Ich kann nicht mein PC 24 Stunden rund um die Uhr laufen lassen Das geht auch nicht Leute Das ist relativ mies Ich weiß aber ich kann auch nichts dagegen machen Boah so viele Soul Hearts Hat sich gelohnt Leider ist es so Ich wünschte ich könnte wirklich 24 Stunden rund um die Uhr mein PC laufen lassen Äh Und jedes Mal was rendern und alles mögliche alles ausnutzen Aber das kann ich leider nicht machen Besonders mit seiner scheiß Leitung nicht Keine Ahnung Irgendwie hat es meine Leitung zurückgesetzt und ist jetzt richtig mies geworden Ähm Eigentlich hatte ich eine relativ gute Uploadrate Aber Gut wenn Jetzt plötzlich mein Internet meint Oder YouTube meint Ja Ich brauche jetzt für ein Video Ähm Oh ne Ne das werde ich nicht mitnehmen Ne Bobs Brain Ne Äh Wenn YouTube jetzt meint Das ich jetzt für ein 20 Minuten Video Ähm Ähm Wirklich Vier Vier Einhalb Tss Tss Echt Besonders Isaac braucht auch relativ lange Ich hab's verstanden Das was äh Die meisten Äh die meisten Tiles Tile Frames hat Also irgendwie ähm Bilder pro Sekunde oder so Das braucht natürlich lange zum hochladen Aber Das So lange Ne das ist übertrieben Das ist wirklich über Fucking trieben Und ich will diese Bomben haben Ich will diese verdammten Bomben haben Ähm Also wundert euch nicht wenn irgendwie ein Part oder zwei Tage lang kein Part kommt Die Parts werden schon irgendwann mal erscheinen Kann auch sein dass irgendwie alte Themen drankommen die ich schon mal irgendwie erwähnt habe oder so Aber sie kommen Und falls ihr wirklich es nicht verpassen wollt Dass ich irgendwo Ah man jetzt hab ich nicht aufgepasst Wenn ihr wirklich nicht verpassen wollt dass ich irgendwo poste Ja äh ähm Kann heute kein Part Smash irgendwie hochladen Dann folgt mir doch bitte auf Twitter oder Instagram Klar ich habe jetzt hat nichts gepostet Dass heute kein Part kommt oder so Aber ich werde es jetzt noch im Nachhinein machen Es ist gerade mal halb neun Ich habe noch Zeit Ähm Aber ich werde jetzt nicht irgendwie noch vier Stunden warten bis der Upload kommt Und sodass irgendwie kaum Aufrufe kommen Also beziehungsweise kaum jemand sich äh Super Smash Bros um zwei Uhr nachts anschaut Ah Das bist du Smart Fly Revenge Revenge Fly Okay Schaut interessant aus Schaut aus wie ein Schutzschild Aber ich glaube die kann auch angreifen wahrscheinlich Ähm ja Also folgt mir bitte auf Instagram Weil da Also alles was ich in Instagram poste Das Post wird auch automatisch auf Twitter und auf Tumblr gepostet Also folgt mir auf einem dieser Kanäle Und ihr werdet sehen ähm Ihr kriegt Informationen dazu ob Ob und überhaupt was für Parts wann hochkommen können Und da könnt ihr mir auch schreiben Könnt ihr wirklich auch so Chats machen mit mir Ähm so dass äh Ihr mir sagen könnt Ja nimm mal wieder ein Part Existor Evie auf War richtig cool Sing mal wieder mehr damit Evie Das war genial Oder Keine Ahnung Es gibt immer irgendetwas was jemand sich anschauen will Also Deswegen Wärs toll wenn ihr mir folgen würdet Damit ihr da auch up to date seid Und äh Bescheid wisst Falls heute Mal kein Part kommt Oder so Keine Ahnung warum Das mach ich Danke Und Es ist nicht mal verloren gegangen Dieser Raum Passt Eine Bombe haben wir Leider können wir nicht fliegen Was gab's da drin Oh schon 6 Minuten 7 Minuten Ne Boss Rush schaffen wir noch nicht Ne Nicht mit diesen Items Da müsst ihr eigentlich schon fast von Haus aus schon fliegen Aber das kann ich ja nicht Passt Ich glaube hier brauche ich anscheinend weniger als Ja ein Herz oder weniger wahrscheinlich Ja Hä Hä Irritierend Wo ist der Boss jetzt Wirklich irritierend Hä jetzt kapiere ich gar nichts Wo ist der Boss Der Boss war doch nicht hier Bin ich irgendwie blind Blöd oder was Oben kann er nicht sein Ne Da geht's nirgends mehr weiter Gab's noch irgendwo einen Raum Ach Hier unten Bin ich da links eigentlich gewesen Hä Ich bin jetzt verwirrt Ja da war ich Hä Hä War ich da Ah Verwirrung aufgehoben Ähm Leute ich mach mal gleich irgendwie Announcement Äh Seid mal mehr aktiv auf Steam Und äh Wirklich eigentlich Steam jetzt hauptsächlich Und ich bräuchte eventuell noch einer der mit mir auf Irgendwie meine Seite auf Facebook oder irgendwas auf YouTube irgendwie mit bearbeiten will Ähm Wenn nicht dann mach ich es alleine kein Problem Ähm ich werde jetzt öfter mal was auf Äh auf Ding posten Auf Steam Und so irgendwie Announcements So ja wer will was mit mir zocken Oder wer hat irgendwie Pokémon Alpha Sophia und Omega Rubin Oder Super Smash Bros für den 3DS Oder für Wii U Oder sonst irgendwelche Spiele Ich werde da irgendwie meine All meine Spiele-Listen posten Und ähm Ja ich werde wahrscheinlich noch extra ein YouTube-Video machen Und wer irgendwie mit mir so online zocken will Der Der soll mir bitte mal so eine Nachricht schreiben Oder irgendwie so einen Kommentar drunter unter dem Video Oder unter dem Steam-Account Und dann könnt ihr irgendwie ein Game mit mir zusammen zocken Ja und das muss nicht unbedingt mit Aufnahme sein Das kann auch einfach mal so sein Das können wir auch über Skype irgendwie labern Und keine Ahnung sonst was In Kontakt treten Und das Das wäre interessant Ich will mal wissen Wer Hat einen 3DS Ich habe leider keine Playstation mehr Ne Xbox habe ich schon Aber keine Xbox Gold Live Weil Weil ja Später irgendwann mal mit der Xbox One wollte ich es mir holen Aber Ja Xbox One Du musst noch warten Tut mir leid Ah Hallo Ah Uh Ja und ähm Wii U und äh Gameboy Äh Gameboy Nintendo 3DS und PC Da kann mir jeder anschreiben und so sagen Ja komm lass mal zocken Oder so Ähm Aber so etwas bitte nicht So komm lass mal zocken Wenn dann schon irgendwie zivilisierte Nachrichten wie ähm Ja Äh ich habe gesehen dass du irgendwie äh in dem Video erwähnt hast dass du Mit Leuten auch mal so Offscreen zocken würdest oder Onscreen ist egal aber Kann ich mal mit dir auch Super Smash Bros zocken das wäre richtig nett Ähm Ähm Ja irgendwie so etwas halt nicht so Ja komm Ich will jetzt mit dir zocken Du hast gesagt du willst mit welcher zocken also will ich jetzt mit dir zocken Ich bin bereit Ja Genau Also ich bring hier schon mal Themen Wir haben 5 Herzen Nein Oh Unsere Tränen sind ja riesig Riesig Äh 3 Schaden 10,30 Wir haben noch 4 Ebenen vor uns Das schaffen wir bestimmt nicht Ne Oh der Koller 50% Chance nochmal wiederbelebt zu werden Nein ich will nicht mal ein Deal heute machen Heute mache ich keine Deals mit dem Devil Ich will ein guter Junge sein Ich bin ein guter Junge Ich weiß nicht mal mehr wie der heißt Ja genau und plötzlich schaut der böse Ah ok gut wir erledigen zuerst mal die weil sonst kann es sein dass ich noch verrecke wegen so einem Schmarrn Ach Und tot Na verdammt Ja verdammt Komm schon Verrecket Verrecket Yes Einer tot Zwei tot Und drei tot Und drei tot und vier tot So jetzt Ja Passt perfekt Oh Mann warum nehme ich Schaden Ich depp Wow Revenge Fly Danke Du bist awesome Oh fuck Ok bitte seid gute Pillen Tears up Nice. Paralyzes. Okay, wir haben Tears Up. Das ist schon mal was. Jetzt gehe ich nicht da mit rein, mit einem schwarzen Herz. Wenn dann schon mit einem Soul Heart. Aber das ist gut, dass wir Tears Up haben. Das ist relativ praktisch. Okay, jetzt kriegen... Perfekt. Wie gerufen kommt das? Aber damit gehen wir noch nicht rein. Oh, na. Haben wir jetzt diesen Curse of the Scheiß Labyrinth. Was bist du für ein Teil? Elde Mark, oder? Boah, das lohnt sich ja brutal. Das lohnt sich wirklich, ja. Damage Up. Damage Up. Jawohl, jetzt machen wir vier Schaden. Geil, läuft. Habe ich überhaupt den Seed gesagt? Habe ich. Ja. Oh mein Gott. Au. Tu mir das doch nicht an, Kleiner. Revenge Fly, hilf mir. Mach die kaputt. Alter, die Revenge Fly ist ja richtig geil. Stell dir mal vor, ich kämpfe gegen Isaac. Die Revenge Fly würde dauerhaft eigentlich da drinnen stehen bleiben und ihnen Schaden machen. Extra, weil ich es will. Gut, gut, gut. Ja, danke. Also, wenn ich einmal Schaden bekommen habe, ja. Passt das. Habe ich eigentlich schon mal einen Run geschafft, wo ich im Satans Raum keinen Schaden bekommen habe? Also in der Satans Ebene? Ich glaube nicht, aber ich will es schaffen. Gotta, schaffe es all. Mann. Ist ja auch irgendwie doof, wenn ich immer in irgendeinen Run reingehe, äh, äh, in einen Raum reingehe, wo ich irgendwie Schaden auch bekomme. Obwohl ich das gar nicht mal will. Ja, wir erkunden jetzt mal weiter. Kann ja sein, dass wir noch ein Fliege-Item bekommen. Oh mein Gott. Ähm, Kackhaufen? Was machst du? Lang nicht mehr gerochen. Hahahaha. Hör auf. Das tut man nicht. Hm, Paralysis brauche ich nicht. Aber ich nehme dich sicherheitshalber mal mit, dann weiß ich wenigstens, was du bist. Oh, Coins, die kann ich gut gebrochen, ja. Ähm, wir könnten sogar in den Shop schauen, wenn wir noch drei Münzen bekommen. Oder wir können auch in den Goldraum gehen. Komm schon, Isaac. Nein. Ich weiß nicht, wie er heißt. Spasti. Äh, egal. Zeitglas. Ähm, gut, dass wir es eingesammelt haben. Aber ich brauche es nicht. Was? Hä? Wo waren wir jetzt? Die Ebene war doch gerade ganz anders, oder? Die Ebene war doch gerade so, dass da irgendwie von links unten ein bisschen nach rechts oben irgendwie Wasser war und links oben ein kleiner, nein, rechts unten so eine kleine Insel eigentlich bis hierher war und da Land war, aber da war Wasser irgendwie. Hä? Ich habe mir das nicht eingebildet, oder? Ach, du heilige Scheiße. Au. Au. Boah, ist ja richtig mies. Ja, genau, da kann man ja nur Schaden bekommen, wenn da der Bossroom ist, ist er aber nicht. Ja, komm, 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 komm. Oh. Gut, noch ein Schlüssel. Wenn da nicht der Bossroom ist, dann scheiße ich rum wie er. Aber wir haben hier schon mal den Shop. Und wir können noch einen Devil-Deal wahrscheinlich machen, weil wir noch keinen richtigen Schaden bekommen haben. Ich setze mal die Bombe hier ein. Mit der Hoffnung, dass ich noch eine Bombe bekomme aus der Kiste. Oh, Schlüssel. Oh, ja, wir gehen in den Shop rein. Definitiv. Red Patch. Your rage grows. Okay. Boom. Mies. 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 Wir schauen, was die Pille macht. Bombs Archie. Ich habe eh null gehabt, aber okay, gut. Den Rest spende ich. Ich bin mal nett heute und spende. An wohltätige Zwecke. Mann, verreckt doch. Komm, komm, komm. Verrecke. Ma. Au. Revenge Fly. Danke. Noch einen Schlüssel. Danke. Ja, da wissen wir jetzt, wo der Boss ist. Das ist gut. Aber ich glaube, wir haben noch nicht mal alle Räume erkundet. Und mir geht ein Raum ab. Ich hasse es. Hey, cool. Wir sind nach vorn tippet. Eigentlich kann ich das so lang machen, bis wir weiter nach oben kommen. Nein. Ah, ich muss wirklich da oben sein. Boah. Gut. Gut, dann gehen wir mal zwei nach links. Mann, ich hoffe, dass hier eine Bombe ist. Bitte. Und ich habe recht gehabt. Eine Bombe. Also, Verlust nix. Jo, jo, jo. Es reicht. Jo, es reicht. Ah. Diese Dinger da. Ah. Diese Popperzen. Die tun weh. Oh, cool. Übersprungen. Komm. Oh, Himmel. Äh. Ich will ganz, ganz drüben sein. Bitte. Schneller drüben. Wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Nein. Verarscht mich nicht. Scheiß Ebene. Verarscht mich hier. Komm. Ich habe wirklich keinen Nerv mehr für so etwas. Jetzt macht er nix mehr. Er weiß halt, wo ich hin will. Und dann so. Ne, ne, ne. Jetzt noch nicht. Komm. Schick mich ganz rüber. Ganz rüber. Bitte. Ja gut. Dann eben nicht. Dann mache ich. Ähm. Schaffe ich das hier? Ne. Ich mache mal sicherheitshalber einfach nur so. Oh. Yes. All stats up. Toppilz. Magic Mushroom. Tears up. Und wir haben sogar noch ein Herz abbekommen. Und wir machen jetzt vollen fucking Schaden. Pretty fly. Danke. Das ist genial. Was Besseres könnte uns gar nichts jetzt passieren. Wenn der Fluch endlich aufhören könnte. Und los geht's mit dem Boss. Mega Fetty. Mega Fetty. Hallo. Nicht mit mir. Mega Fetty. Hier für dich. Ich habe Angst, dass er springt. Boah. Ne. Und er ist tot. Und Satans Raum? Nein. Nein. HP ab. Mann sind wir irgendwie schnell. Und HP ab. Wir haben sechs Herzen. Wieso gibt's keinen Teufelsraum jetzt? Hä? Kann mir mal das beantworten. Wir haben doch kein normales Herz irgendwie verloren. Stören. Ja. Nächste Ebene. Würde ich sagen. Gut. Mich soll's nicht stören. Ja. Wir wollen nicht wissen, was du träumst, Isaac. Oder... Keine Ahnung, wie du heißt. Ich weiß immer noch nicht. Und ich will's auch gerade nicht wissen. Au. Sackratten, ihr. Los. Töte es. Töte es. Töte es. Aua. Ist das weg? Okay, gut. Ein Soulheart. Danke. Uh. Den Stein mag ich haben. Den Stein mag ich haben. Hagalatz. Der macht doch nur Zerstörung. Ja. Toll. Danke. Damit habe ich jetzt Hermit bekommen. Jetzt sehe ich dann den Shop. Gut. Ich kann nämlich gleich dann zum Shop TPen. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Oh. Oh. Fuck. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Boah. Diese blaue Wolke hat mir schon Angst eingejagt. Oh nein. 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 Nicht ihr. Nicht ihr. Nicht ihr. Dich verjage ich. Dich verjage ich. Danke. Nix. Rein gar nix bekomme ich aus diesen Räumen mehr. Äh. Oh. Na toll. Dein Ernst. Na komm. Nur noch du und ich. Du und ich. Danke. Ja. Wisst ihr was? Dann gehe ich gleich zum Shop. Kann eh nur in der Nähe sein. Ich mag das Item haben. Boah. Boah. Ich mag's haben. Haben will. boah. Boah. Wo. Oh. Boah. 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 P iniciarer. Oh, ein Blackheart, Blackheart. Wo bin ich? Oh, ganz weit weg. Jetzt gehe ich wahrscheinlich wirklich zum Boss. Komm, spring her. Danke. Und gleich stirbt einfach alles um mich herum. Ich bekomme rein gar nichts. Nicht mal Geld. Ist nicht schön. Ja, Bomben. Wenigstens etwas bekomme ich. Aber der Gold-Room fehlt mir noch irgendwie. Ein rotes Herz brauche ich nicht. Danke. Wir besiegen ganz kurz den Boss. Gerdie. Jawohl. Oh, danke. Meine Fliege hat mich gerettet. Oh, ich lasse, glaube ich, den grünen Kerl mal am Leben, weil er könnte mir helfen, ihn umzubringen, den Gerdie. Den Gerdinator. Ja, dieser Schaden könnte mir letztendlich was bringen. Komm, mach mal. Okay, daneben nicht. Oh. Angriff! Wir haben ein Range-Up-Item bekommen. Wie weit schießen wir? Ja, gut. Dreiviertel der Arena reicht mir. Wir haben Stiefeletten. Wir haben den Katzenschwanz. Zwei Bomben. Den Katzenschwanz. Nein, will ich nicht. Nee. Wir gehen nicht sofort in die nächste Ebene. Hallo? Hier war noch nie mal ein Gold-Raum. Was muten die uns alles zu, Leute? Na. Ah. Als hätte ich wirklich Angst vor dir. Verdammt. Jetzt muss ich noch zwei Räume mindestens machen. Wow. Wo kommst du jetzt her? Wow. Alter. Hör doch auf. Was geht denn ab? Oh nein, 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 nochmal die Batterie. Hol mir noch ein Blackheart. Und geh einfach mal weiter. Ist ja auch so schlimm, von mir umgebracht zu werden. Alter, all die Spinnen sterben einfach mal wegen mir, weil ich so ein Massentöter bin. Massentöter. Das ist mein neuer Beruf, Massentöter. Ich bin Massentöter. Massentöter. Mann, ich will mal in so einen Challenge-Raum rein. Nein, 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 nein. Nicht ihr Viecher. Ihr müsst nicht sein. Nein, nein, heute nicht. Ich höre euch noch hüpfen. Einer von euch lebt noch. Und jetzt nicht mehr. Okay, jetzt haben wir die Türen offen und gehen rein. Die Schokoladenmilch. Wir haben eh schon... In irgendeinem Run muss ich es nehmen. Wahrscheinlich in einem Run, wo ich richtig schlechte Items habe. Aber jetzt hat... Nein. Ich will nicht die Schokoladenmilch nehmen. Nein, tut mir leid. Sie ist schlecht. Und ich mag sie nicht. Gut, wir haben fast alle Räume durchsucht. Oh, na toll. Komm. Danke. Jetzt kriege ich wieder einen Schlüssel als Retoure. Jetzt können wir eigentlich direkt... Wow. ...zum Boss gehen. Noch nicht. Haha, Tears up. Ja, noch ein bisschen schneller könnte es gehen. Kann mir jemand mal erzählen, äh... erklären, was das mit dem Luck-Up hat? Weil ich habe so viele Luck-Up-Pillen in Runs gesehen bei Leuten und die haben einfach nur immer noch einen Strich Luck-Up gehabt. Also Luck. Keine Ahnung, warum. Erklärt es mir bitte. Also die Isaac-Könner unter euch. Kenner, Könner, keine Ahnung. Tutor. Weiter geht es in die nächste Ebene nach 23, 33. Yeah. Necropolis 1. Oh, versuchen wir mal hier keinen Schaden zu nehmen. Quasi unmöglich. Okay, gut. Oh, die haben sich fast festgebackt. Oh. Nec. Alter, geh mir aus dem Weg. Noch ein Schlüssel. Gut. Ich bin aufgeregt, die Sau, weil ich Angst habe, getroffen zu werden. Oh, nein, 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 nein. Seid ihr nicht die... Die Hüpfenden? Boah. Ihr seid die Hüpfenden. Yes. Boah. Was? Was ist hier? Oh, nein, 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 nein. Nicht ihr, bitte. Nein, nicht ihr. Ihr müsst hier nicht sein. Nein. Ihr habt hier nicht anzugreifen. Nee, nee, nee. Hey, hallo, hallo. Oh, hier sind drei Stück. Ernsthaft? Ah, warum? Ja, komm, 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 komm. Ja, einer ist down. Einer noch im Blick. Äh, zwei noch im Blick? Hä? Hä? Boah, erschreckt er mich einfach mal. Ja, komm. Komm. Danke. Gibt es jetzt irgendwie ein Item, was hier fallen gelassen wurde? Warum frage ich überhaupt? Nein. Nein. Die wollen natürlich nicht, dass ich Items wende. Oh, fuck. Ich bin gefickt. Äh. Ja, komm, 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 komm. Nix. Bis jetzt keinen Schaden bekommen? Oh, fuck. Ah, und schon hat sich das Blatt gewendet. Gut, wieder nicht geschafft. Aber wir sind relativ weit gekommen. Also, ich kann noch den Teufelsraum locker bekommen. Das ist schon mal gut. Hallo. Kannst du mal bitte verrecken? Danke. Immer diese Scheißhölfchen, die einfach nicht sterben wollen. Komm, bitte. Ich wollte schon sagen, das obere Feuer wird leider nicht getroffen. Oh, was bist du? Wup, wup. Was? What the fuck? Oh mein Gott, nee, oder? Wisst ihr was? Einfach mal spaßeshalber mache ich so einen Run jetzt. Ich habe noch einen Schlüssel dafür. Was ist das? Irgendeine Karte für... Boah, nee, echt. Ich kriege gleich Aids. Ich kriege davon Aids. Junge. Alter. So den Boss... Nee, nee, nee. So werde ich ja Satan nie besiegen. Ich werde mir gleich das Item zurückholen. Das ist ja mies. So kann ich zwar um die Ecken schießen und so, aber... Nee, im Endeffekt bringt mir das gar nichts. Alter, bitte. Lass das. Mann, hört auf. Komm, mein fertig. Alter, damit kann ich ja nichts zielen. Rein gar nichts. Boah, eine Bombe. Ähm... Ihr könnt drei Gegner sein. Und ihr seid zwei von dreien. Das ist schon mal was. Eine gute Quote. Wheel of Fortune... Vielleicht schaue ich, dass ich irgendwo den zum Explodieren bringen kann. Dich nehme ich aber mit. Nee. Ah... Nö. Danke. Nochmal eine Bombe hier. Null von drei. Wow, eine super Quote. Ah, na toll. Schmelzgesichter... Plus. Ah, nein. Das sind die Schmelzgesichter, was... irgendwas immer rausholen noch. Ich glaube, das war ein großer Fehler, meine Bomben einzusetzen. Ah, shit. Und Julu. Oh, fuck. Julu. Äh, Julu. Julu hat mich gerettet. Wheel of Fortune. Hey. Ich habe hier Schlüssel, aber keine Bomben. Nö. Ich will noch den Goldraum... Äh... Finden. Ja. Finden. Oh, und da ist eine süße kleine Fliege über dem Abgrund geflogen. Ich wünsche ein wunderschönes Leben. Na, hallo. Ah. Was? Wieso Verfolgungstränen? Assi. Ja, gut. Nehme ich. Eine Mega... Oh, lolo. Danke, dass mir mein Leben gerettet. Boah. Es hat mir wenigstens eine Bombe gegeben, was mir wirklich viel Ur gebracht hat. Oh, mein Gott. Nein. Hier ist irgendwas unsichtbar. Alles in die Hände. Noch eine Hand. Was sind das für Gegner? Ah ja, everything is terrible now. Also, es wurde alles ein bisschen schlimmer. Deswegen auch... Jetzt komische Bosse. Ja, so schlimm fand ich es jetzt auch nicht. Ich habe jetzt nur gedacht, irgendwie ein Bug wieder, dass ein unsichtbarer Boss da ist, aber... Nö. Falsch gedacht. Oh, das sind die Pupsis. Hallo. Tod. Äh, gut. Danke. Aber Goldraum, wo bist du denn? Goldraum, wo bist denn du? Hups. Das wollte ich nicht. Wow, 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 wow. Danke, 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 danke. Danke. Ich bleibe lieber mal in der Nähe von den Stacheln. Da, wo mir nichts passieren kann. Noch nichts. Einfach mal in die Stacheln reinschieben, den Penner. Ja. Komm, gib die Münze. Stipp, 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 stipp. Danke. Äh, Stachel geht wieder hoch. Danke. Warum? So minimal fast nicht Schaden genommen. Boah, diese Anziehungskraft nervt aber brutal. Das ist ja von den Tränen ja auch. Die Anziehungskraft. Uh. Jetzt mach fertig. Danke. Danke. Ah, ihr schon wieder. Ich erlöse euch von eurem Leid. Nuhu. Ein rotes Herz braucht keiner. Boah, Alter, wann kommen endlich mal die Viecher, die ich auch brauchen kann? Beziehungsweise die Räume, die ich auch gut gebrauchen kann. Zwei Gegner, die springen, sind nicht gut. Ähm, ja, was machst denn du noch am Leben? Ah, hi. Hallo? Tschüss. Gut, wir gehen in den Goldraum rein. Die... Nein, das ist Book of Revelations. Nein, das ist Book of Revelations. Unendlich Soul Hearts. Endlich unnötig, aber... Ja gut, wir nehmen es hin. Wir nehmen es mit. Es kann mir irgendwann noch was nützen. Das weiß ich. Wir gehen mal hier rein. YOLO! Geschafft. YOLO bringt's halt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Juhu. Die Hosen. Angriff der Hosen. Nein. Komm her, Schlüssel. Ich hasse dich. Näää. Ich weiß nicht, wo noch ein Geheimraum sein könnte oder so, aber ich werde jetzt nicht danach suchen. Nöp. Einfach zum Boss und wir besiegen ihn und dann ab in die nächste Ebene. Nöp. Naja, stimmt. Ich habe ihn ja auch noch. Gut, dann schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer... Klatsche. Schnell weg hier! Hat er mir einfach zwei Schlüssel geschluckt. Aber gut. Wir haben 14 Münzen. Ich könnte vom Shop was kaufen. Und wisst ihr was? Ich glaube, das ist es mir sogar wert. Ich glaube, das ist ein Damage Upgrade. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Ach, einfach so ist das noch wert. Nix. Leider. Habe ich jetzt nicht eigentlich die Bombe für den Automaten gebraucht? Ah ja, das wollte ich haben, genau. Bogo Bombs. One plus one Bombs. Habe ich jetzt irgendwie so eine Art Schal an? Wir nehmen die Pille mal mit Pretty Fly. Danke. Book of Revelations werden wir irgendwann nicht mehr brauchen. Ich hoffe, wir bekommen noch ein gutes Leertasten-Item. Wie zum Beispiel die Bibel oder so. Und dann mal los mit War. Hallo. Er war amoi. Er war amoi. Herr, hast mich verstanden? Oh, hör auf. Hör auf, das tut man nicht. Hier für dich. Na komm her. Ach, das tut man erst recht nicht. Na, wo bist du? Na, du bist so kacke. Kannst mal aufhören, weil du springst alles in die Luft. Ja, jetzt hast du es davon. Da. Hier, fall runter. Und stirb. Du bist so scheiße. Danke. Gotta lick em all. Jetzt haben wir drei Begleiter. Yay. Necropolis 2. Wow, mal kein, äh, kein, wie heißt das? Kein Fluch. Ah, nein, 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 nein. Du bist nicht schön, du bist nicht schön. Äh, ihr seid alle nicht schön. Ihr schaut zu... Äh, wow, 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 wow. Ihr seid so hässlich. Ah. Oh, gut, jetzt habe ich schon fast gedacht, da... Der Heul... Äh, dieser Klumpen... Wird noch am Leben wieder zurückkommen. Leben zurückkommen. Äh, Bombe, Bombe wäre super nice jetzt. Oder ihr halt. Ihr seid richtig nice, aber nicht in meiner Gegenwart. Boah. Die ich eiskalt ist, schaffe ich hier keinen Schaden zu bekommen. Ich muss Gott sein. Isaac Gott. Oh, Münzen. Wir haben aber nur einen Schlüssel. Ich brauche aber zwei. Mindestens. Oh, was bist du denn? Ich töte dich einfach mal vorschnell. Ich habe Angst, dass du irgendwas Schlimmes machen kannst. Kann ich nicht eigentlich die Bombe so gut lenken, dass... Er genau da... Er kommt. Er kommt. Yes. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch die Bomben irgendwie bekommen. Schaden. Hä, hä. Oh ja, stimmt. Ich bekomme jetzt einen ganzen Schaden. Nein, das sind die... Die hellen Gegner. Book of Revelations. Danke. So, und wehe. Das ist jetzt nicht ein Schlüssel drin. Oh gut. Ein Schlüssel. Wieso bekomme ich einen ganzen Schaden eigentlich? Ich habe gedacht, ich bin noch in den Ebenen, wo ich einen halben Schaden bekommen kann. Mann, ihr nervt mich. Ihr Arschlecker. Wow, ein halbes Herz. Ähm, nö. Stirb. Danke. Wie sie sich eigentlich alle umbringen, wegen dem Feuer. Ja, höh, höh. Wow, ich habe vergessen. Feuer. Ha, tot. Geschafft. Nein, ich will nicht. Was ist das jetzt für eine Pille? Ich sehe es nicht, wegen dir. Danke. Speed Downer, toll. Ich hasse es. Ich hoffe, ich muss da nicht nochmal zurück. Ah, danke. Für den tollen Schaden. Ich liebe ihr Schaden. Danke. Aber ich habe Gold rumgefunden, wenigstens. Und ich glaube, ich muss sogar nochmal zurück, wegen dem Shop. Was bist du für eine Perle? Cursed Eye, Cursed Charge Shots. Oh nein. Jetzt habe ich ja Schlimmeres als... Also, jetzt habe ich Cursed Charge Shots und ich kann höchstens vier Tränen auf einmal loslassen. Na toll. Aber eigentlich Insta-Kill, wenn man es gut einsetzt. Ja. Teufelsraum. Yeah. Gappi's Paw. Yeah. Ich könnte flie... Nein, das ist nicht das Fliege-Item. Das ist das Horror of Babylon-Item. Den Fehler mache ich nicht. Nochmal. Ich sammle ganz kurz Gappi's Paw ein und fertig ist. Danke. Ich will die Bibel haben. Mehr nicht. Hä? Hä, was habe ich? Hä? Hä? Hä, was ist jetzt passiert? Ich habe Schaden genommen und bin raus-teleportiert worden. Warum? Hä? Wisst ihr vielleicht warum? Ist ja richtig mies, wenn ich gerade in einem Bosskampf bin. Ja, hier ist Mom's Heart. Äh, nicht Mom's Heart, sondern Mom. Ja, natürlich. Wir sind so langsam jetzt... Äh... Läuft. Mann, stirb. Danke. Uh, ein Dime. Aber ich brauche noch... Mindestens ein Schlüssel, bitte. Irgendwo. Geschafft. Mann, gibt es noch irgendwo Räume, wo ich einen Schlüssel bekommen könnte? Wow. Ich renne einfach mal geradeaus und checke es nicht, dass da Gegner sein könnten. Mann. Verrecke. Oh, da ist ja noch ein Gegner. Danke. Mann, nix. Rein gar nix. Also, wozu habe ich das jetzt gemacht? Hm. Dann heißt das, wir müssen jetzt mit dem Cursed Eye Mom besiegen und dann Mom's Heart und dann den Devil. Also, wenn, dann Brimstone. Bitte, aber nicht so ein Scheiß-Item. Puh. Unverletzt durchgekommen. Nächstes Mal nehme ich das Item nicht mehr. Nein. Isaac. Oh nein, was macht die Blaue nochmal? Die spawnt doch ganz alt Items, oder? Und Viecher. Äh, ich habe Angst. Irgendwie. Zu viele Gegner. Teilspawn. Ich habe Angst. Isaac. Ja, so heiße ich zufällig noch. Also, ich glaube, ich heiße nicht Isaac, aber okay. Isaac. Kannst mich ruhig Isaac nennen, ja. Hallo. Hallo. Ja, Isaac. Ist gut. Äh. Mann. Kannst du mal auch sterben? Oh, hallo. Uh, hi. 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 Hallöchen. Hi. Hi. Ähm. Nein. Danke. Isaac. So heiße ich. Nicht. Oh, jetzt habe ich Revengefly aktiviert. Stimmt. Bring mal alle um. Hier, nimm das Auge. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. So, wir haben ein HP ab. Und gehen wir mal in Devil Deal rein. Haben ja das gesehen, was es gab. Und gehen gleich in die nächste Ebene. In der Womp. Oder Uteru. Womp. Cool. Jetzt versuchen wir mal, keinen Schaden zu bekommen, was relativ unmöglich sein wird. Und ich glaube, schon ist es erledigt. Ach, genau. Hier kannst du erledigt werden. Haha. Geil. Und wir können gleich zum Boss gehen. Das gefällt mir. Wenn jetzt irgendwie ein gutes Item drin ist, dann gehe ich gleich weiter. Ein. Ah. Gut. Nehmen wir. Oh. Der Fall. Nein. Doppel der Fallen. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Triple der Fallen wäre ja schon. Äh. Einmal. Aha. Oh nein. Irgendschon charge der. Äh. Verpiss dich. Mach deinen Schaden weg. Schaden weg. Schaden weg. Oh fuck. Man verpisst euch. Nein. Schon habe ich Schaden genommen. Aber. So wunderschön der Kampf auch ist. So hässlich ist er gerade. Ich hasse ihn. Ah. Gut. Wir nehmen das Rotten Baby Infested Friend. Ich weiß noch nicht, was der bringt. Aber wir gehen einfach weiter. Einfach weiter. Einfach weiter. 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 Utero. Zwei. Und wir haben keinen einzigen Schlüssel. Wow. Oh. Infested Baby. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie die Shot-Taste drücke, dann spawnen Fliegen. Also wenn ich auch so mache. Auch oder was? Ah nein. Der kann nur eine Fliege spawnen lassen. Okay. Schade. Ähm. Ja. Dich kill ich schnell mal bitte. Danke. Danke. So. So. Danke. Ein Schlüssel. Jetzt kann ich eventuell da reingehen. Äh. Stimmt. Ihr müsst sterben. Bomben. Mh. Bomben. Gut. Schön und gut. Der Mini-Dingel da. Dingel, dingeling. Mini-Dingel. Und tot. Wir nehmen ein Soul-Hard mit. Schießen mal die Kakis weg. Und gehen weiter. Um noch einen Schlüssel zu finden. Vielleicht können wir irgendwas rerollen. Und zwar all unsere Items. Das wäre super. Ah. Die Lust. Die Lust. Die Lust. Tears up. Schnell genug sind die Schüsse allemal. Es könnte ja überall irgendwas drunter sein. Also. Ich versuch's einfach mal. Jo. Dann gehen wir jetzt mal unten rein. Suchen den Boss. Okay. Gut. Schleimspur. Verpiss dich. Danke. Hm. Wo bist du Boss? Boss. 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 Uh. Ja. Ich brauch ja das Item so dringend. Die Batterie. Wie sonst nie was. Hab ich so dringend gebraucht. Wie die eine Batterie. Die eine Batterie. Brauch ich nicht. Danke. Ach du Heilige. Ja genau. Rage. Rage mir hinterher. Explosive Diarrhea. Könnte mir etwas bringen. Ich weiß dann noch nicht wo. Aber es könnte mir was bringen. Komm. Gut. Gut. Wir nehmen das jetzt einfach so. Gehen rein. Weil ich Bock hab. Uh. Der Kopf. Ah ja. Wir haben jetzt zwei Schlüssel. Check ich jetzt erst. Yeah. Super ja. Ah ja. Das war ja ein Kampfraum. Egal. Alter. Wie groß wir jetzt sind. Machen wir jetzt einfach so viel Schaden. Ja. Gut. Explosive Diarrhea könnte mir was bringen. Mal schauen. Aha. Kein Würfelraum leider. Gib mir wenigstens einen Schlüssel in Retour zurück. Und zwei Soul Hearts. Warum kannst du nicht irgendwie die Eins gewesen sein? Rerollt all meine Items. Nein. Natürlich. Heute nicht. Heute nicht mein Freund. Tschüss. Hallo. Keep rollen. Keep rollen. Äh. Der stirbt jetzt eh. Und der auch. Ich muss ihm mal was machen. Hi. Oh mein Gott. Ihr seid so hässlich. Ihr seid so hässlich. Ihr seid so hässlich. Hi. Explosive Diarrhea. Jo. Zack. Und was hat es mir gebracht? Rein gar nichts. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Gut. Ab zum Boss würde ich sagen. Auf zu Mums Heart. Boah. Konzentration. Konzentration. Fliege. Mach was. Und geschafft. Begotten Baby und Aquata haben wir freigeschaltet. Das ist gut. Und wir besiegen mit ihm noch auf Heart. Satan. Und wir gehen einfach mal direkt zu Satan. Wirklich zu Satan. Einfach mal durchrushen. Rush mode activated. You unlocked Begotten Baby. You unlocked Aquata. Aquata ist abiert in the basement. Jo. Danke. Raka Saka Raka Sika. Scale. Schaffen wir es ohne Schaden? Never. Never. Jetzt spawnt er direkt in meiner Fresse. Komm, 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 komm. Wow. Wow. Alter. Nicht in meiner Fresse spawnen. Alter. Nicht in meiner Fresse. Ich krieg noch einen Herzinfarkt. Ah, für euch auch. Nein. Ah. Nein. Boah. Ich hab Angst, dass der wirklich in meiner Fresse mal bleibt. Ich darf nicht von ihm entdeckt werden, oder was? Oh, natürlich. Und schon hab ich schon das nicht geschafft mit dem Schaden. Yay. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ein Schlüssel. Yay. Ragrow. 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 Setzt euch ans Lagerfeuer. Setzt mit Mega-Greed am Feuer. Das L-A-G-E-R-F-U-E. Nein. L-E-E-D-Lied. Und das Lagerfeuer-Lied geht noch viel schneller, denn erst damit ist er am Held. Ja, dann singt er es doch ganz einfach mit. Mit. Manch jemand. Ja, das Lagerfeuer-Lied. Nee. Die Scheiße tue ich mir nicht nochmal an. Ähm, danke. Oh, eine Münze kommt raus. Yay. Das ist mal was. Natürlich. Ja, komm, mach mir Schaden. Ich liebe es. Der Rote macht ja andauernd nur Schaden. Hüpft entweder rum oder er lasert gleich. He's firing his lasers. Oh, und er trifft mich natürlich. One hit. Hit me, baby. One more time. Au. Mann. Oh, komm. Verricke. Okay, gut. Attack fly. Mach ihn fertig. Tschüss. Das ist nicht gut, dass ich jetzt schon ganz einen Schaden bekomme. Aber wir haben zwei Schlüssel. Komm, bitte, 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 bitte. Eine 5. Was macht mir die 5? Was macht die 5? Was macht die 5? Wenn die Stats verändert, dann dreh ich durch. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann die Ebene neu machen. Okay, warum? Mein Zeug ist dasselbe geblieben, aber jetzt muss ich die Ebene noch einmal neu machen. Yay. Ist ja eine so gute Opportunity gewesen. Oh, bisschen verändert aber. Aber da war doch der Boss, oder? Ich weiß es nicht mehr. War da nicht jetzt gerade der Boss eigentlich schon neben mir? Also im Raum neben mir. Hätte ich nicht eigentlich jetzt direkt zu Saturn gehen können? Ich weiß es nicht. Oh mein, jetzt habe ich alles, glaube ich, verändert. Die ganze Physik habe ich geändert. Nicht mit mir. Danke. Ah, das könnte mir noch einmal die Chance geben, dass ich keinen Schaden erhalten kann. Oh mein Gott. 4 Husks. Äh. Was geht denn ab? Was geht denn ab? Was geht denn ab? Was geht denn ab? Das ist so, als würden sie 4 Frankensteins Monster auf mich hetzen. Ah. Ja toll, Schaden bekommen. Wegen Scheißfliegen. Wieso kriege ich, wieso werde ich teleportiert? Wieso? Kann mir jemand das mal verraten? Warum werde ich teleportiert? Warum, warum sterbe ich hier? Nein, nicht mit mir. Nicht mit mir. Ah, gosh. Jetzt, Mann, stirbt doch endlich. Wieso? Ich verreck hier noch. Ich will da nicht durch. Natürlich. Danke. Verstehen bleiben. Verstehen bleiben. Danke. Die Soulhards sind das Einzige, was mich jetzt noch retten können. Natürlich. Warum spawnt er direkt in meiner Fresse? Also springt er direkt. Ich hasse dich. Weißt du das? Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht. Ah. Pretty fly. Nein. Na, für... Danke. Aber jetzt muss ich trotzdem da runter. Nee, nicht mit mir. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Komm schon. Die Bobben ist explodiert, aber ich glaube, es hat nichts gebracht. Ach, du Heilige. Was bringt mir das? Dieser Husk-Kampf. Was? Was? Ja, die Tür ist offen. Ich weiß, ich könnte nach draußen gehen, aber irgendwie will ich noch nicht. Ich bin noch nicht bereit zu gehen. Tschüss. Tschüss. Retoure. Was ist los? Ich kann doch noch nach rechts gehen. Boah. Ja. Ja. Jetzt muss ich noch die kleinen Viecher ausschalten, oder? Ja, die Spinne da. Und noch ein paar Spinnchen. Ja, und was kriege ich? Nix. Ein Arschfick. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid, diese Ausdrücke, die ich manchmal eher sage. Es hat mir rein gar nichts gebracht, das nochmal zu rerollen und alles neu zu machen. Besonders, ich weiß jetzt nicht, wo der Boss ist. Ich habe nur noch vier verdammte kleine Herzchen. Ich werde drauf gehen. Natürlich. Mit Schaden. Drei Herzchen. Ich habe ja noch ein Leben. Also, warum aufregen, wenn man noch ein Leben hat? Ja, man hat immer ein gutes Leben. Killt einfach seinen Kameraden. Stirb. Hallo. Danke, ein Soulheart. Was bist du? Der High Priest, his mother is watching you. Also, ich könnte Mams Fuß auf den Teufel runterschicken. Das mache ich dann schon in seiner letzten Form. Gib mir das Zeug. Danke. Fünf Herzen. Unsere Chancen sinken immer mehr. Ja, komm. Bring so ein Scheißbaby einfach in meine Richtung und fertig. Na, jetzt fängt das wieder an. Und tot. Nix. Ich bekomme einfach nix. Oh nein, nicht du. Nicht du. Tut mir leid. Da gehe ich gleich weg. Oh, zweimal. Au. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich weiß nicht, ob der Raum eine Sackgasse war. Der Raum war eine Sackgasse. Ähm. Entschuldigung. Ich bin mal raus. Danke. Ähm. Nö. Und raus. Tschüss. Danke. Nicht den Raum dunkel machen. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ist hier jetzt ein Gegner oder nicht? Ähm. Ich seh rein gar nix. Oh. Sloss. Sloss. Ja. Hallo, Slosse. Hallo. Ich hab euch ja so vermisst. So vermisst hab ich euch. Ja. Der Magician. Könnte ich nicht gebrauchen. Ja, obwohl. Das wäre jetzt beim Kampf wahrscheinlich. Oh, shit gewesen. Oh ja. Fliege. Fliegen. Greif an. Danke. Machen wir ihn fertig. Das schaff ich nicht. Komm, komm, komm. Und zack. Bombe. Yes. Okay. Okay. Er chargt nicht mehr. Und. Tot. Komm. Ja. Seine Hände. Au. Er hat gewusst, dass ich da hinkomme. Jetzt hab ich aber sein. Meine Fliege. Wieder. Im Flugmodus. Und wenn ein Fuß unten ist. Dann weiß ich, dass ich die Karte einsetzen muss. Yes. Der Fuß hat mir geholfen. Mom's foot. Mom's foot. Einfach immer die Fliegen kaputt machen. Au. Nein, 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 nein. Wow. Das hat mir eigentlich schon was gebracht. Die Pretty Flies. Au nein. Ich sterbe. Ich bin tot. Jetzt spawne ich im selben Raum wieder. Echt jetzt? Und ich hab's wenigstens geschafft. Wow. Gut, dass ich im selben Raum. Raum. Im selben Raum gespawnt bin. Äh. Nochmal mit einem Herzen. Das ist super gut. Also mehr Schaden hab ich gemacht dadurch. Und hab den Run geschafft. Broken Ark haben wir bekommen. Alter, unsere Tränen. Wow. Heftig. Naja. Danke fürs Zuschauen. Ich beende den Part. Broken Ark has appeared in the basement. Yeah. Wir schauen ganz kurz wie viele Items wir schon gefunden haben. Stats. Items. 147. Yeah. Also relativ viele. Uh. Das ist super toll. 51 Secrets haben wir. 2 Best Streak. Yeah. Mom kills 8. Also noch 2. Und dann haben wir It Lives. Und 9 Deaths. Neumal sind wir nur gestorben. 8 davon Mom kills. Einmal konnten wir nicht Mom. Ah. Hä? Wir sind 9 mal gestorben. Und haben 9 mal Mom umgebracht. So viele Runs haben wir doch noch nicht mal. Doch. Ich hab immer wieder wiederholt. Und immer wieder gestorben. Ja. Stimmt. Könnte gut möglich sein. Ich sag mal. Danke fürs Zuschauen Leute. Haut rein. Euer Peebee Style. Bis zum nächsten Part. Tschülülü. Haut rein. Vielen Dank.